So und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Risen. Und wir waren hier stehen geblieben bei Patty, die mich eben an Patty Mayonnaise erinnert. Wie hieß die Folge? Dark? Irgendwas mit Dark? Ich weiß es schon gar nicht mehr, das ist schon länger her. Was ist das denn eigentlich? Ein Runenschild? Ein magischer Schild. Mächtige Runen bieten zusätzlichen Schutz. Okay, den können wir ja nicht anlegen mit unserem Stöcklein. Wir sollten vielleicht auch mal gucken, ob wir neue Waffen kriegen oder sowas in der Art. Ach, hier haben wir ja noch einen maximalen Lebensenergie-Trank plus 10, den nehmen wir mal, würde ich sagen. Gluck, gluck, gluck. So, hätten wir das schon mal erledigt. Und wir brauchen ja noch Mana-Tränke. Da haben wir im Moment gar nichts. Nix, überhaupt nix. Schlecht. Aber wir haben ja so viel, wir haben haufenweise Fälle, das müssen wir mal alles verkaufen. Ähm, ja. Wir sind stehen geblieben bei Patty, die wollte mit uns irgendwo hingehen, wo wir wahrscheinlich eine weitere Kristallscheibe finden werden können, sollen. Hätten, täten, wenn. Hoffe ich zumindest mal. Und da quatschen wir sie jetzt mal an und sagen ja, dass wir bereit sind. So, alles klar, lauf. Ich werde dir folgen. Alles klar, lauf. Ich werde dir folgen. Gut, aber wehe, wenn ich auf dich warten muss, klar? Oh, das wird lustig. Wehe, wenn ich auf dich warten muss. Als ob man es so eilig hat, auf einmal den ganzen Tag am Strand sitzen. Und dann auf einmal hat man es eilig, wenn man einen Begleiter hat. Bleib dicht bei mir. Ja, ich sehe dich schon noch. Ruckel, ruckel, ruckel. Wir kommen wieder in dicht bewachsene Wälder. Ach da, guck an, ein paar Arsgeier. Die wird Patty schon für uns platt machen. Oder wir helfen mal ein bisschen aus. So geht das. Ja, so ist es richtig. Ja, genau. Ein paar Hähnchen keulen. Ach, und wir haben schon kein Mana mehr. Dann fressen wir mal die Pflanze unterwegs. So. Füllen wir wenigstens ein bisschen auf und jetzt haben wir überhaupt kein Mana mehr. Scheiße. Hätten vielleicht doch vorher wieder zur Festung zurückgehen sollen. Zur Vulkanfestung und uns erstmal um etwas Nachschub kümmern sollen, was Mana-Tränke angeht. Ach, da oben glüht es hier aus dem Berg raus. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ach ja, die ist mit dem Wolf beschäftigt. Ach, die macht das schon. Wir bekommen ja sowieso die Erfahrung und das Zeug können wir uns mal einsetzen. Oh ja, das wird wirklich lustig. Fünf Vö- Wow. Ich glaube, hier müssen wir ihr helfen. So, drei Vögel auf einmal platt gewalzt. Dann nochmal. So, und den Rest, den schafft sie jetzt schon alleine. Aber ganz alleine hätten wir sie nicht lassen können. Ich glaube, die wäre dann verreckt. Die wäre ja kaum mehr zum Zug gekommen. Auch wenn wir jetzt selber kaum mehr Mana haben. Aber egal. Welche Stufe sind wir eigentlich? Stufe 14. Ah, okay. Wir haben 14 Lernpunkte. Ähm. Das ist der nächste Stufenaufstieg. 55. Wir brauchen noch knapp 4000 Lernpunkte. Äh, Erfahrungspunkte. Ähm, ja. Das kann noch ein bisschen dauern. Wer liegt jetzt am Boden? 50 von 4000 haben wir schon mal. Oh, hier Mana. Mana Wurzel. Was macht denn der Geier da? Der frisst einen Wolf? Mhm. Wusste ich auch noch nicht. Komm weiter. Ja, bin ja hinter dir. Aufgepasst. Hey. Ach, schön. Schöne Motte. Ui, wer hat es das aber gegeben? Gib her den Flügelstaub. Den können wir später verticken. Wo rennt denn die hin? Wollen die etwa alle zum Banditenlager oder was? Kann ich mir kaum vorstellen. Dumm, dumm, dumm. Ach, da fällt mir ein, wir sollten ja auch irgendwann einmal nochmal zu dem Bauernhof da drüben. Nämlich an. Oh, das wird lustig. Also wenn es der Bauernhof ist. Ich weiß nicht, ob es noch andere gibt. Damals, wo wir in der Hafenstadt waren, da hatte die eine Frau, die für diesen einen Händler gearbeitet hat und nicht mit in dessen Haus durfte. Ja, irgendwie von ihren drei Söhnen erzählt oder irgendetwas, was sie versteckt hat oder verstaut hat und es soll auf irgendeinem Bauernhof liegen. Aber das hier ist der einzige Bauernhof, den ich kenne. So, ach, dieses Ruckeln immer. Das ist ja... Kacke ist das. So, Patty, lauf mal voran. Wie hieß denn die Serie? Die fällt mir nicht ein. Hieß die einfach nur Dark? Hm. Egal. Egal. So, hier haben wir wieder Neil oder Nail oder wie man ihn ausspricht. Den ersten Inselbewohner oder zumindest den ersten, dem wir begegnet sind. Der erste Inselbewohner wird es nicht gewesen sein. Ach, da kommen wieder Wölfe. Aber wieso kommen jetzt auf einmal so viele Wölfe hierher? Wir sind ja doch nicht im nächsten Kapitel oder so und wir waren doch vorne erst hier bei den Banditen. Oder vorher. So, 60 Erfahrungspunkte, ein Stück Fleisch und ein Fell. Ui, der flog aber. So, dann geht's mal weiter. Hm. Ach, hier ging es zum Banditenlager rechts und wir gehen jetzt oben lang. Okay, das ist ein neues Gebiet. Hier waren wir noch gar nicht. Ach du Scheiße, wo geht denn die hin? Lauter Totenköpfe hier oben. Was ist das? Ein Friedhof am helllichten Tag? Was? Und Skelette am helllichten Tag? So. Ach, wir haben kein Mana mehr. Schon wieder nicht. Moment, kämpf du mal weiter. Wir schauen mal in Ruhe. Lebensenergie Mana plus 30. Ja, die eine können wir gleich essen. Und dann legen wir uns mal die 20er hier auf Vorrat. Ui, der hatte drei Heiltränke bei sich. Hier ist doch wieder eine Ruine oder Höhle oder irgendwas. Moment, hier ist eine Schaufel. Kann man hier graben? Nee, sieht nicht so aus. Grünblatt. Scheint, es ist aber ein bisschen was... So enden wir alle mal. ...bisschen was zu holen, zu geben. Pilz, Pilz, Pilz. Ruhe empfunden. Manapilz. Ja, das ist gut. Einfache Truhe. Ach ja, die müssen wir wieder knacken. Okay, dann wird es abwechselnd sein. Jawohl. Äh, Heiltrank. Okay, Pfeile brauchen wir logischerweise überhaupt nicht. Dachte ich am Anfang, dass wir mehr mit Pfeilen... Ui, eine Steinplatte. Ihr wisst, was das heißt. Wir können jetzt unsere 100 Weisheit voll machen. Und dann später, wenn wir wieder zurück sind, ähm... Das zweite Siegel erlernen. Ach, was für eine malerische Aussicht. Äh... So, gucke mal einer an. Ach hier, das Essen, was wir uns gebraten haben. Das gibt ja auch Mana. Wusste ich noch gar nicht. Novizentopf. Da können wir uns im Prinzip auch Essen machen. Ähm... Wo ist denn jetzt die Steinplatte? Hier bei Schriftstücke müsste die sein. Hm. So, Weisheit plus 4. Und jetzt haben wir 103 Weisheit. Sehr gut. Und für das letzte und dritte Siegel, glaube ich, brauchen wir dann 150 Weisheit. Also noch 47. So, wir sind wohl schon angekommen, wie es aussieht. Die läuft auch nicht mehr weiter. Gibt es hier noch irgendwas zu holen? Eine Bank? Ein Grabstein? Sieht nicht so aus. Was wollen wir hier? So. Hier muss es sein. Ähm... Und was machen wir jetzt? Und was machen wir jetzt? In einem dieser Gräber ist der nächste Hinweis meines Vaters versteckt. Hier. Ich gebe dir diesen Schlüssel. Er ist ein Geschenk meines Vaters. Damit sollten wir an den Hinweis herankommen. Aber frag mich jetzt nicht, wie. Mehr weiß ich auch nicht. In Ordnung. Ich mach das schon. Na gut. Aber verlier den Schlüssel nicht, klar? Keine Angst. Pattys Pass Partout haben wir erhalten. Sondern wir müssen jetzt Gräber buddeln oder was? Ach hier. Das sieht nach einer rauen Stelle aus. Hier ist was vergraben. Ach, ich wollte schon sagen, will der jetzt mit der Hand buddeln? Ne, jetzt nimmt er die Schaufel. So, dann schaufeln wir mal eine Leiche aus. Oder was wir auch immer da drin finden werden. So, jetzt zieht er wieder irgendwas Mächtiges hoch, habe ich das Gefühl. Mit bloßen Händen und bloßer Muskelkraft. Eine ziemlich verrottete Schatzkiste, wie es ausschaut. Ach. Eine alte Schatulle. Der Name Stahlbart ist auf der Schatulle eingeritzt. Eine Kiste in einer Kiste. So, es ist das, was du suchst. Hier, ich habe diese Schatulle in einem der Gräber gefunden. Hier, ich habe diese Schatulle in einem der Gräber gefunden. Lass mal sehen. In der Schatulle ist etwas. Ach ja, ich verstehe. Das ist er. Der nächste Hinweis. Das ist ja großartig. Das ist ja wie eine Schatzsuche hier. Raus mit der Sprache. Was steht da drin? Raus mit der Sprache. Was steht da drin? Hm. Ich weiß nicht. Kann ich dir vertrauen? Klar doch. Du könntest genauso gut mit diesem üblen Piraten Kapitän Romanov unter einer Decke stecken. Nee. Du hast gar keine Wahl. Mich wirst du nicht mehr los. Du hast gar keine Wahl. Mich wirst du nicht mehr los. Also gut. Halt die Klappe und hör mir zu. Mein Vater hat einen großen Teil seines Goldes, das er über die Jahre erbeutet hat, hier auf dieser Insel versteckt. Die Hinweise, die er hinterlassen hat, führen zu seinem großen Schatz. Tja, ein Pirat, der sein Gold vergräbt wie originell. Da hätte ich auch drauf kommen können. Nicht nur du. Mir ist ein ganzer Trupp Schurken auf den Fersen, die genau das gleiche vermuten. Romanov. Ganz genau. Also, wenn wir nicht vorsichtig sind und uns beeilen, wird uns der Mistkerl den Schatz vor der Nase wegschnappen. So. Jetzt verstehst du hoffentlich, warum ich nicht jedem davon erzähle. Ja. Ähm, was denkst du eigentlich, hat Romanov jetzt vor? Was denkst du, hat Romanov vor? Eins kannst du mir glauben. Auch wenn du ihn nicht sehen kannst, wird er trotzdem ab jetzt immer einen Schritt hinter uns sein. Er weiß von dem Schatz. Und er weiß auch, dass ich ihn suche. Wenn wir nicht aufpassen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Probleme mit Romanov und seinen Jungs bekommen. Mehr kann ich dir dazu leider auch nicht sagen. Ich kann ja leider nicht in seinen Kopf schauen. Schade. Und wo ist dein Vater eigentlich? Wo ist dein Vater eigentlich? Keine Ahnung. Ich habe ihn schon sehr lang nicht mehr gesehen. Vielleicht zieht er über die Meere. Vielleicht sitzt er in irgendeiner Zelle. Oder er vergnügt sich mit den Mädchen in irgendeinem anderen Hafen. Sowas hat er immer getan. Er war nie das, was sein Vater sein sollte. Ich glaube schon, dass er sich um mich Sorgen macht. Doch nie ist er wirklich für mich da, wenn ich ihn brauche. Aber warum erzähle ich dir das eigentlich? Weiß nicht. Aber ich fand's interessant. Von mir aus soll ihn der Gürger holen. Ich jedenfalls nehme mir jetzt, was mir zusteht. Und niemand, nicht einmal Romanov, wird mich daran hindern. Tja, dass ihn der Gürger holt, ist jetzt schlecht. Den haben wir schon erledigt. Ähm, ja, was weißt du über die goldene Kristallscheiben? Was weißt du über goldene Kristallscheiben? Was soll das sein? Artefakte? Ja, richtig. Sie stammen aus den Ruinen, die aus dem Boden geschossen kamen. Noch nie davon gehört. Warum willst du das wissen? Mein Vater ist doch eine Zeit lang auf dieser Insel ziemlich weit rumgekommen. Meinst du, er könnte solche Kristallscheiben gefunden und zusammen mit seinem Schatz vergraben haben? Hm. Gut möglich. Er sammelt alles, was aus Gold ist. Hm. So, okay, wie kann ich dir jetzt weiterhelfen? Okay, wie kann ich dir helfen? Die Schatulle enthält einen Hinweis darauf, wo sich der Schatz meines Vaters befindet. Aber da gibt es noch mehr. Hier ist der Vermerk von fünf weiteren Gräbern. Augenscheinlich sind sie nicht von besonderer Bedeutung. Aber wie ich meinen Vater kenne, hat er den Schatz mit einer miesen Falle gesichert, die nur mit einem Passwort oder so etwas zu entschärfen ist. Ich wette, dass wir dieses Passwort irgendwo in den namenlosen Gräbern finden werden. Na großartig. Klingt nach einer Menge Arbeit. Hm. Ich mache dir folgenden Vorschlag. Wir teilen uns die Arbeit. Du gehst und untersuchst die namenlosen Gräber, während ich hier versuche herauszufinden, wo sich der Schatz meines Vaters genau befindet. Ja toll, dann machen wir hier wieder die ganze Kundschaft der Arbeit und Herumrennerei. Toll, du sitzt hier rum und ich habe Romanov am Hals. Toll, du sitzt hier rum und ich habe Romanov am Hals. Jetzt pass mal auf, du Held. Erstens, du würdest aus den Hinweisen meines Vaters sowieso nicht schlau. Und zweitens, wenn dir das nicht passt, kannst du gerne wieder gehen. Finde ich gut. Was? Jedes Mal, wenn du explodierst, sagst du Held zu mir. Ach, lass den Unsinn. Wir haben schon viel zu viel Zeit vertrödelt. Bis zum nächsten Mal.